Liebe Zwillinge, das ist die allgemeine Prognose für August 2020. Bis zum 8. des Monats bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Du dürftest viel mit deiner Familie an diesen Tagen unternehmen. Im Bereich der Finanzen dürfte man viele Ausgaben auf einmal haben. Wenn du einen wichtigen Termin vorgeplant hast, dann sei bereit für Wendungen und Änderungen. Zwischen 1. und 4. des Monats bildet Mars einen Quadrat zu Jupiter. Es können Umstimmigkeiten und Missverständnisse in einer privaten oder geschäftlichen Partnerschaft eintreten. Am 3. haben wir unseren Vollmond in Wassermann. Eine Reiseveranstaltung oder Event könnten auf deiner Tagesordnung stehen. Soziale Aktivitäten werden von diesem Mond begünstigt. Du brauchst Abwechslung und diese dürftest du bald bekommen. Zwischen 10. und 13. haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto. Du könntest körperlich etwas geschwächt sein. Meide an diesen Tagen Anstrengungen so gut wie es geht. In allen Lebensbereichen ist es wichtig, ehrlich und offen zu sein. Am 14. August haben wir einen Mond in Zwillinge und er bildet einen Sextil zu Mars. Ein langes Gespräch mit einem Kollegen, Nachbarn oder Geschwisterteil kann sich ergeben. Am 15. haben wir einen langfristigen Aspekt. Es handelt sich um Uranus rückläufig in Stier. Bis Anfang 2021 dürftest du eine unvorteilhafte Lebenssituation, die in den vorherigen Monaten ins Token gebraten ist, komplett verändern oder beenden. Diese Situation kann mit dem Thema Finanzen und Familie in Verbindung stehen. Zwischen 16. und 18. bildet Venus einen Sextil zu Uranus. An diesen Tagen könntest du spaßige Aktivitäten geplant haben. In Sachen Liebe dürftest du eine positive Veränderung erleben. Dann haben wir am 19. den Neumond in Löwe. Bis Mitte September wirst du viele Unternehmungen starten, die dir gut tun und Spaß machen. Falls zutreffend, wirst du Formalitäten schriftlicher Natur regeln oder dich mit einem Geschwister oder Nachbarn zerstreiten. Beides ist möglich. Wir haben dann zwischen 20. und 24. Mars Quadrat Saturn. Es dürfte dir nicht alles so gelingen, wie du es dir vorgenommen hast. Es ist auch möglich, dass eine Verzögerung eintritt. Schwierigkeiten mit einem Amt oder Vorgesetzter können einfacher denn je vorkommen. Wir haben dann zwischen 25. und 29. einen Trigon zwischen Merkur und Jupiter. Alle Themen rund ums Thema Auto und Transport können von Bedeutung scheinen. Ein hitziges Gespräch kann innerhalb der Familie geführt werden. Allgemein gesehen ist es wichtig, Situationen richtig einzuschätzen und keinen voreiligen Schlüssen zu ziehen. Zum Schluss zwischen 30. und 31. haben wir Venus Opposition Pluto. Die Beziehungen zu einer Frau können sich verschlechtern oder andernfalls vertiefen. Meine liebe Zwillinge, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose. Wenn du eine genauere Prognose benötigst, meine Kontaktdaten findest du unten bei der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Glück und Erfolg im August 2020.